So, komm schon. Mann ey, der Typ. Er fragt dich mal warum. So. Und jetzt bitte alle, beide. Oh, da hinten steht noch so ein gesichtsloser. Auf den Berserker ballern. Komm schon, verfall in Rage. Und greif die Mutons hinter dir an, wenn es geht. Schrot ist immer gut. So, ich glaube jetzt wird es bei mir Verluste geben. Noch mehr. Ist das nicht ein bisschen übertrieben? Also die drei hätte ich jetzt hier ja vielleicht noch hinbekommen, aber... Huch. Stehe hier unter Bischof! Kann mich nicht bewegen! Steht auch ein Muton neben dir. Okay. Geil. Ähm. Wie viel Schaden machst du? Vier nur. Er hat noch zwei. So, du kannst nachladen. Oh ja. Nee. Das Problem ist, wenn die so nah stehen. Wenn die so nah stehen, sieht man nicht wieviel Schaden die machen. Aber das war gut, dass die gerade beide im Nahkampf nicht getroffen haben, weil das wären beides Kills gewesen. Da habe ich ausnahmsweise mal richtig Glück gehabt. So. Hast du nicht nachgeladen schon? Äh. Das ist falsch. Da habe ich gerade den falschen Spielstand geladen. Man weiß es nicht. Äh. Komm. Ist das der Richtige? Nee. Äh? Oh, ich habe den Spielstand gelöscht. Ich bin so ein Vollidiot, ey. Ich bin so ein Vollidiot. Ich habe nicht hingeguckt und auf Löschen gedrückt. Alter. Ich könnte mich jetzt gerade selber dafür schlagen. Das wird bestimmt nicht nochmal so geil laufen. So. Ich versuche das einfach genauso zu machen wie eben. Und wenn ich Glück habe, läuft die Runde dann auch genauso ab. Ich bin so ein Vollidiot. Ähm. Bin auf dem Weg. So. Pump ihn voll. Neun. In Rage. Nachladen. Und. Vollerschutz. Und. Position bestätigt. Nochmal drauf. Okay. Der hat auf jeden Fall richtig Schaden kassiert. So. Und jetzt muss ich... Okay. Ich mache was anderes als eben. Wenn jetzt ein oder zwei in Panik verfallen, kann ich direkt, äh, neu starten. Warum? Okay. Das ist gut. Jetzt explodiert das Auto und nimmt den Typen einen mit. Sechs Schaden. Tja, ja. Ach, fuck. Das hätte ich nicht machen dürfen. Äh. So. Laden. Nicht löschen. Warum gibt es überhaupt eine Möglichkeit, die Autospeicher ständet? Zu löschen. Warum sollte man das tun wollen? Ich kann mir keine Situation vorstellen, indem man das möchte. Die werden ja eh von alleine überschrieben. Wenn man weiterspielt. Und das mir jetzt so ultimativ, äh, Speicherplatz spart, glaube ich auch nicht. So. Nachladen. Alles im grünen Bereich. Alles im grünen Bereich. So. Du triffst mich. Wow. Erstaunlich. Feind neutralisiert. So. Feind neutralisiert. Ähm. Distanzschutz. Begebe mich zur Zielposition. So. Nachladen. Und der zweite Dicke ist hinüber. Nicht schlecht. So. Dann kannst du auch noch nachladen. Und weiter geht's. Halleluja. Da ist der Gestaltwandler. Kommt mein Sniper da dran? Der steht jetzt hier hinten ja ziemlich sicher. Tatsache. Der kommt so weit. Verstanden. Bewege mich zum Ziel. So. Hoffentlich lohnt sich das. 47%. Wie sieht's bei dir aus? Dir geht's einigermaßen gut. Sportlos. Das heißt du kannst jetzt mal ein bisschen mehr Boden gut machen. Äh. 64%. 70%. Okay. Mist. Nicht mal knapp. Ich muss bald nachladen. Na da ist mir der Feuerschutz lieber. Ich sehe Edwin Truppen. Ja die sehe ich auch. Steckt der eine Typ da fest? So. Er kann jetzt auf jeden Fall auf Ultradistanz Snipern. Alles wenig Prozente. Äh. Nachladen. Hast du noch ne Granate? Du hast noch ne Granate, ne? Ähm. Verstanden. Rück ab. Werfe Granate. So wenn die da stehen bleiben, dann... ... 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 Das Ding brennt nicht. Na los. Zeigt euch. So. Distanzschutz. Verstanden. Bin unterwegs. Äh. 71% ich mach Feuerschutz. Ich lebe Feuerschutz. Ja die Runde hätte ich auf jeden Fall besser machen können. Ähm. Sorry wenn ich grad ein bisschen... ... ruhiger bin. Ich denke mir immer der hängt sich... ... ich denke immer der hängt sich auf wenn der so lange braucht. Ähm. Aber es ist echt... ... schwierig. Mit den wenigen Ressourcen hier was zu reißen. So. Ist es auch sicher? Das kann ich dir nicht sagen. Wahrscheinlich nicht. Ähm. So. Das dürfte dem fortschrittlichen Offizier nicht gefallen haben. Äh. Jetzt ne Granate rein. Du warst doch gerade. Okay. Ich probier mal was aus. Granate! Und zwar räume ich hier ein bisschen frei. Sichtslose. Ja. Das bringt aber nicht viel. Schade. Oh. Okay. Ich wollte gerade eigentlich neu laden. Aber. Wo können wir das stehen lassen? Verstanden. Bin unterwegs. Der gesichtslose scheint da irgendwie festgebackt zu sein. Okay. Die Granate würde mir nichts bringen. Na los. Zeigt euch. Beim nächsten Mal treffe ich ihn. Ach nö. Jetzt haben die auch noch alle ein Schild. Es hat einen von uns erwischt. Äh. Das ist nicht gut. Ich glaube, da werde ich noch ein ganzes Stück zurückspringen müssen. Dann mal los. Ich will diesen gesichtslosen nicht angreifen. Der wehrt sich ja gar nicht. Okay. Na geht. Und. Ein Schaden. Nee. Ich gehe sogar zwei Runden zurück. Denn. Also. Es ärgert mich echt, dass ich diesen einen Spielstand aus Versehen gelöscht habe. Weil. Dann hätte ich noch einen Soldaten mehr jetzt. Wenn ich da nicht so gefailt hätte. Ich kann auch aufs Ganze gehen, natürlich. Okay. Ich komme nur an den gesichtslosen dran. Ich kann nicht aufs Ganze gehen. Ach so. 19% nur. Die stehen da echt an einer richtig miesen Stelle. ich probiere es mal mit der schutztaktik hoffentlich lohnt sich das mir entgeht nichts ach komm ja das war ganz großes damen tennis nichts gegen damen tennis aber keine ahnung das sagt man so das war echt einer trifft er hat jetzt als nächstes wieder den einen markiert dann wäre er getötet worden plus alle bekommen schilde und da habe ich keinen bock drauf ganz ehrlich das ist mir viel zu doof muss noch eine runde weiter zurück oder ja glaube ich muss meinen snipe auch ein bisschen ich glaube der ist jetzt mittlerweile zu weit weg kann das sein deswegen hat er nur so geringe wahrscheinlichkeiten zu treffen das wahrscheinlich gemacht damit man mit dem sniper nicht irgendwo ganz hinten stehen bleibt weil der ist ja komplett überall außen vor kommt ja keiner wirklich dran an den und ab geht's fuck ja da hat der ton gefehlt schön ähm so diesmal sorge ich dafür dass meine soldaten ein bisschen besser positioniert sind und auch angreifen können aber das ist dieser komische gestaltwandler da hinten hat sich wohl festgebacken im lkw hier sind advent truppen hier sind advent truppen tatsache sag sowas nicht sag sowas nicht sooo ja das sieht doch gleich anders aus vier schaden zwei rüstung irgendwie ist der ton verbuggt gerade das klingt alles ein bisschen seltsam der hat noch zwei leben reicht eine granate kopf ja irgendwie fehlt da ein bisschen zerschreddert gut ich möchte den schild typen weg haben ach komm aber irgendwie fehlt da tontechnisch die musik ist weg ne das fehlt äh wie ist deine trefferwahrscheinlichkeit ich will immer noch nicht den gesichtslosen angreifen die exakt die Vielen Dank.